Ok, weiter. Bisschen Platz unten. Welche Modus schon schammeln? Und welches ist weiter? Schon. Wer bist du? Wer bist du? Ei, Rahm. Nein, Rahm ist uns zuhören. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Eher, wer ist das? Ja. Bisschen, läufst dich wohl! Hören Sie. Hören Sie und rennen. Trennen um mein verdammtes Leben. Schieß. Jawoll! Sag mal, was ist denn das Deckel denn alles ein? Die Rahmen können auch mal fressen. Hütte der Hund in der Bande verrückt hier! Wow! Dann wieder hier so ein Boss-Typ. Ja, schon gar noch was nicht mehr. Machen wir nicht, was ich verstehe. Das ist ein Schuss! Boah! Keine Batterien mehr! Das ist kacke! Das ist wirklich shit! Was ist das? Okay, es ist ruhig, zu ruhig für meinen Geschmack. Was war das? Was? Das glaubst du auch jetzt nicht. Jetzt ist das Tor zu. Scheiße. Kacke. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist dämlich. Nehmen wir nochmal alles. Das ist boof. Wirklich. Gehen wir mal außen lang. Gehen wir mal außen lang. Oh shit. Tut das weh. Die Spannung, Alter. Und du hast keine Batterien mehr. Das ist doch dämlich. Oh Mist. Ne Leuchtfacke wenig ist etwas. Oh Mist. Gehen wir mal außen lang. Nein. Nein. Was kommt der? Jawoll. Emil made Tom do it. Aha. Batterien. Batterien. Oh geil. 4 Stück. Das ist sehr freundlich von euch. 32 Kugeln und 2 Kugeln. Wow, wow, wow. Ich wollte gerade Kracken zu spielen. Was, das licht ist aus? Scheiße. Warum haben die nur noch 2 Schüsse? Das kam ja eigentlich mal vor wie 3. Uiuiuiuiuiui. Das kann ja noch was werden. Durch den Garten gelangen. Ich packe nicht. Ich liebe es. Und noch mehr. Noch. So. Noch mehr Munition. Und eine Thermosflasche. Das wichtigste natürlich. Na, ich bin doch nicht doof. Gehen wir erstmal da lang. Wir grüßen den netten Kumpel gleich, wenn wir die Manuskriptseite eingesammelt haben. Und weiter. Ist das Barry? Das ist Barry? Das ist Barry. Ich wollte schon sagen. Vielleicht wäre es wie zu offensichtlich gewesen. Barry. Ich komme. Du lebst. Hauen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry. Ich habe es zugehauen als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss als... Äh. Wirklich. Barry. Ich habe ihn gleich. Nur keine Sorgen. Nee. Scheiße. Also jetzt wirklich. Scheiße. 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 Mach schnell Barry. Ja, bin schon dabei. Scheiße. Alter. Wirklich. Jetzt. Einen Augenblick. Selber einen Augenblick. Was? Fünf. Tausend. Trillionen. Viecher. Und ich stehe hier und... Ich wollte mich doch rollen. Mach schnell Barry. Ja, bin schon dabei. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Legs auf den Schlüssel. Ich hab einen Fenstel gefunden. Junge. Dein Ernst jetzt? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, dann leg sie ihn rein. Das ist ein Zweig. Maaan. Wenn du nicht sofort hinten machst, alter, dann... Dann leg sie noch was. Bitte, mach die Tür auf! Bitte! Mach die verdammte Tür auf! Mach die verdammte Tür auf! Äh, bitte sag mir jetzt, dass wir auf dem direkten Weg sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild! Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Das ist super. Ich kann es ja selber nicht glauben, was gerade passiert ist. Weiß ich gar nicht. Ich bin verrückt, aber das macht nichts, Barry. Du sagst es, Al. Du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ für dich. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkeln am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken. Das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andesons. Ich glaub dir. Du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andesons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Ei, ei, ei. Ich hatte meine Waffe verloren. Scheiße. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich hab versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab noch. Mann! Was für ein Sturz! Keine Sorge. Dein Starschnitt ist noch ganz... Wir gehst den. Bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Scheiße. Oh, hey! Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener. Nimm mal eine Leuchtfackel. Ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, L. Alles okay? Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt. Was? Er ist schon ein bisschen sympathisch. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, L. Ich warte dort. Ohne Taschenmauer, ohne Revolver und gar nichts. Sehr schön. Sehr schön. Ich bleibe nicht hier, das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rampo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, 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 okay. Ich gehe schon zurück. Ich gehe schon zurück. Nein, 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 nein. Scheiße, Mann. Ich habe nichts. Gut, es ist gar nichts. Das war's doch jetzt nicht.